Guten Tag Cool OLP am Start Ja man, bei League of Legends Dieses mal normale ist 3 und 3 Kein, also nicht die Aram oder so, sondern normal Weißt du weißt Bescheid Der Deo und der Grav Der Grav Mit Riven Deo mit Malfight Deo mit Malfight Eke mit Riven Also da, was da ja, keine Ahnung Ashes spielt, auf ihrem Nokia und sonst was, deswegen lebt die so ewig oder so Wo die Nater 3000 alter Oh, jetzt gehts los Ich war bei 50% und das Game startet Da war's eh Butz So ranz, butz Gut So ranz Ich hab meine AP gewohnt Mein mann mann bin ich gut Good job du noob Ich zum Glück auch eh Okay Ah, ich hab 46 Sei nicht neig Oho Ich bin mir 46, kurz mal Jetzt lag's aber auch nicht so Find ich nice Lass mich dich jetzt sagen Ich bin nicht subtil Doch du musst halt jetzt rein Keisterig muss ich Diese schwulen Dinger an der Seite work Wo ist er hin? Ah, cool. Und tschüss. Ja, toll. Wurde grad sagen wie so verreckt der ne? Ja. Ist wirklich, ey. Ganz ehrlich, ich hab den ignited, oder? Ne, keine Ahnung. Ich hab das Ding in die Platz gehabt, ne? Ja, voll spät, ne? Wowie. Dann hat Minimal gemerkt, dass alle Riven gefuckt haben und dann den Tank. Hä? Nein. Bis dann den Tank? Ja? Ja, ich bin hier der Tankigste noch. Achso, alle Riven, achso, achso. Oh ja, okay. Ich war gar falsch. Passt schon. Guck mal. Bann. Bann, das ist so episch. Da habe ich grad das Ding ja nicht gesehen, aber auf dem Boden. Ich brauch die die Hände, weil die Hände nicht mehr kümmern. Hat die Magic Resist oder was? Ja. Alter, die scheiß Minions blocken mich die ganze Zeit. Komm nicht einmal den Ball wieder runter, ne? S.S. Oh Ringer macht diese Schaden. Warte, wenn ich den eh habe, dann fände ich mich los. Oder auch nicht. Ich hätte es nochmal drauf haben müssen, Alter. Beide fast so, oder? Ja, aber ich bin auch fast drauf und habe keinen Mana. Oh, egal. Ich habe jetzt einen Ulti, einfach aus der Base. Hätte ich jetzt einen Ulti? Alter, falsche. Äh, Ringer, Ringer fit. Komm durch Busch. Dann holt er uns, Ringer. Alter. Fort SS, beide. Ja. Ich weiß nicht, ob er noch hier ist. Beide SS um. Ich denke, wir gehen erstmal Base. Fug ich auch. Was ist dort? Ich hielt das Ding jetzt in der Mitte oder so. Ja, und gibt Run Speed, sobald er es aufsummelt. Ja, nice. Ringer. Top. Fug ich den Fug. Nice. Fug ich den Fug. Noch Ringer runter. Ringer kommt runter. Ja, hab ich gesehen. Bitch, please. Schau zu. Oh, mein Bock. Jungs, der ist schon echt fügig. Solo-Lane, oder was, ey? Aua. Der hat anfangs drei Kills bekommen. Ja, ich auch. Ach. Ja, und so gewesen. Ach, du hast doch veratmet uns, ey, Opfer. Verwusten wir mich ein wenig. Ja. Ringer SS. Esch und Ringer. Lass auf Yuri gehen. Ja, wenn du kommst. Ja, jetzt, 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 jetzt. Cloud. Subtil? Ich bin nicht so. Ich würde zu töten. Easy, easy, easy. Ja, Ghost. Geh nicht hin. So. Komme. Zora, Rettung. Dengar kommt Nervgar kommt Und Level 6 Das heißt, der kann auch einfach neben euch stehen Er ist Level 6 Der kann einfach neben euch stehen Dengar Joe Komm hoch, komm hoch Perfektion Ich habe sie Oh mein Geh, das ist gut Oh mein Geh Alter Mega Oh, das wird so ein funny Game, sobald ich Level 6 bin Halt die Fresser Jorik nimmt rein Geschmeidig Das war Level, ne? Also jetzt, go 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 Graf gönnt sich Ich weiß, gönnt er sich Naja, jetzt meine ich ja damit Halt's aufs Maul bekommen Halt's Maul, ne? Halt's Maul, ne? Ich kann mich aufs Maul, ne? Ich kann mich auf dem Tower attacken, weil seine Viecher halt so ultra weit die Range haben Egal wohin man geht Halt's Maul, ne? Ich bin das Best Ich muss mal einen Frosthammer holen Kann ich aufs Stellen Jorik Äh, wird das nix hab ich eh Axte Suche Opfer B Hah! I Fünf Level, six Level sieben K strategisch Wenn ich sechs bin, kann ich dich nicht besser supporten Fäng da immer noch mit Auf Ich hab ihn mit mir gedacht. Ich hab ihn mit mir gedacht. Hey, warte. Das war ein Kack-Gamer. Wenn du von oben rein packst. Geht. Klaus ist weg, Klaus ist weg. Nice. Du hast hier ein Altar noch holen, oder? Der P der auch hat, ne? Ja, guck mal, der hat halt schon fast seinen Blutdiff, dass er die nächste Seite ist. Was es gibt, ne? Nein, schön. Leider nichts gebracht, ne? Nächster Ult in einer Minute. Soll ich auch mal ein Ultier? Jetzt mal. Geh mal base. Ja. Ja. Perfektion. Ich habe sie. Ok. Ich bin leer. Ich will den Kieran Polkaaka Ja trotzdem Krass gegeben Bleib da stehen, er passt da Wo rennt die Furze? Wo rennt die Furze? Wo? Wo? Ich bin dran Da unten ist er Dengel komm, Dengel komm Hallo Wer hat ihr Schmerz bestellt? Ready? Is you ready? Ready? Fast Fast Laufrecht Rengar AK, Rengar AK Rengar AK Rengar AK Rengar AK Da ist Flash Das schlecht für uns aus, aber jetzt lassen Ich bin nicht zu Einzel auseinander So Ich bin auch noch da Bin wieder Baser Jo So So oft Mana auftanken wie möglich Also ich will, ne? Ich brauche Ich brauche ganz ganz viel Macht Ich glaube es ist ja Okay, weil jeder Kann ja für die ganze Zeit Back in wenn ich will BOO STRINGLE BOO BOO BITCH PLEASE Ich bin jetzt offen Mal Aber das ist mir eigentlich auch ein kleiner Pre-Mate Niemals, ne? Die sind niemals Pre-Mate, ich nicht Die müsste aber eigentlich Mal da einnehmen Egal wo die man geht Egal wo die man geht Ich bin das best Ich würde es von hinten nehmen Ich würde es von hinten nehmen Wundern wir mich ein wenig Das ist die Bisse drauf Ja, Rengar AK 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 Go, 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 go Go, 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 go Der E war halt echt voll scheiße. Ich geh wieder base, ne? Achtung, wegen Rangar, der hat sein Ulti wahrscheinlich wieder oben. Ja, Achtung. Ja? Ganz sicher, weil der da oben war. Und? Ja, aber seit wann und Rangar nicht mehr gesehen, seit er da rumstand. Schön, denk ich auch. Das bleibt. Egal, trotzdem mal. Jetzt wird kaputt gemacht. Wer hat ihr Schmerz? Komma, ich entkomme, ich entkomme. Fuck. Boah. Boah. Der ist drin, da will ne Leiche noch rum, ey. Ganz ehrlich. So Arschloch. Ja, das ist, das ist dieses... Er ist ja schon so extrem stark, ne? Und dennoch seine verpickte Leiche. Er ist halt sein Ulti. Ja, das ist total übertrieben. Oh, die haben aufgegeben. Weißt du, was noch total übertrieben ist? Die haben aufgegeben. Ja, da ist GG, ne? Ja, da komm ich auch rein. Ja, das war irgendwo. Ja, das war irgendwie so. Passt, ja. Alla, danke. Bis zur nächsten Folge und so. Bis zur nächsten. Ringehauen. Reingeschauen. Jäle. Ja, da kommit. Jäle. Jäle. Ja, da kommit. Jäle. Jäle. Aminta.